so hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und dieses mal habe ich ein bisschen diva gameplay auf king's row und das ist jetzt nicht das beste ich versuche gerade wieder mit diva mich einzuspielen und so und die besten laufwege oder halt wo man mit ihr fliegen kann und so herauszufinden wieder und es war jetzt nicht das krasseste oder so aber es lief ganz gut und ich hatte ein paar gute situationen in der in der runde ich hatte auch ein sehr gutes team und ab der mitte des spiels habe ich glaube ich so ein zweikampf mit genji und danach warte ich ein bisschen länger weil ich dachte ich kann mich aufs team verlassen dass die den punkt verteidigen und dann mache ich die hasenbombe aber es hat dann nicht ganz so geklappt wie ich wie ich das wollte und dann haben wir dann doch leider noch verloren aber wie gesagt es ist ganz cool und ich wollte mal ein anderes gameplay wie gesagt machen und die war gefällt mir sehr gut und ich will auch noch von orisa 1 machen ich finde die auch richtig super und dann würde ich sagen wünsche ich euch weiterhin viel spaß und gameplay und lasst mir ein däumchen da wenn es euch gefällt oder ein kommentar und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder bis bald euer monster hallo alle hallo alle 1 angreifer näher sich verteidigen sie hoher hallo ist das hallo du Ich bin keine gute Verliererin. Ich bin keine gute Verliererin, ich bin keine gute Verliererin, ich bin keine gute Verliererin. Ich bin keine Verliererin, ich bin keine Verliererin. Ich bin keine Verliererin, ich bin keine Verliererin, ich bin keine Verliererin. Ich bin keine Verliererin, ich bin keine Verliererin, ich bin keine Verliererin. Oh, oh! Hey! Oh, oh! Hey! Ice in hell Jensen die Oh! Shoo! Shoo! Ich bin schon mal dabei. Du musst aufhören. Du bist da. Du bist da. Jetzt werden die Gefahrt. Okay. Oh mein Gott. So bin ich verdammt overpowered! Halt! Paketenschild hochgefahren! Alle Nerven stärken! Alle Systeme pumpen! So bin ich weg! So bin ich weg! Das ist eine ganz bestreiche Erfahrung! Das ist eine ganz bestreiche Erfahrung! Das sind die Erfahrung! Das ist eine ganz bestreiche Erfahrung! Zeit auszusteigen! 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 Zeit auszusteigen!